Wie habt ihr, oder ich fange mal bei dir an Tom, wie hast du so deine ersten Tage, ich glaube heute war auch dein erstes Training bei Schalke, wie hast du es so erlebt, der erste Eindruck vom neuen Verein ist ja auch was Besonderes, du hast ja selber gesagt, das ist dein Lieblingsverein aus der Kindheit, wie hast du es so erlebt bis jetzt? Ja, am Ende oder am Anfang lernst du alle neu kennen, das ist natürlich, da fragst du dich, komme ich gut an, ja, ich glaube, das war jetzt für mich ein erfolgreicher Tag, ich habe alle kennengelernt, alle auch sehr korrekt gewesen, wie gesagt, das ist mein Herz ins Verein, für mich geht da ein Traum in Erfüllung, dass ich jetzt für diesen Klub spielen darf und ja, deswegen freue ich mich jetzt auf die Aufgabe, auf die Vorbereitung und dann vor allem auf die ersten Spiele. Es geht ja schon in, ich glaube, sechs Wochen los, Anfang August, ist ja dieses Jahr alles ein bisschen verschoben, ihr habt ja jetzt den neuen Trainer schon kennengelernt, konntet ihr schon ausführlich mit ihm reden, was ist so bei euch der erste Eindruck, Marius, fangen wir mit dir an. Super, also ich habe ihn jetzt leider bisher nur in Gesprächen kennengelernt, weil ich noch nicht auf dem Trainingsplatz war, aber er macht einen richtig guten Eindruck auf mich, spricht viel mit uns, cool drauf, also bisher sehr guter erster Eindruck. Was uns da alles erwarten wird in der kommenden Saison beim FC Schalke 04, da wollen wir jetzt einmal ausführlich drüber reden und worüber wir genau reden, das seht ihr jetzt. Vergangene Saison standen sie sich noch als Gegenspieler gegenüber. In der kommenden Saison spielen sie gemeinsam für Schalke 04 in der Bundesliga. Tom Kraus und Marius Bülter sind zwei Profis, deren Karriereweg unterschiedlicher kaum sein könnte. Während Kraus seine gesamte Jugend durch Leipzig gefördert wurde, entschied sich Bülter erst spät für eine Profikarriere. Wie unterschiedlich war der Weg zum Profi tatsächlich und wie ist die Erwartungshaltung an die kommende Saison bei Schalke 04? Das alles und mehr, jetzt bei Adbroski. Ja, sehr interessant. Das fällt tatsächlich auf, dass ihr, was den Weg zum Profi angeht, wirklich eine ganz andere Geschichte hat, Marius. Kannst du mir erzählen, wie war es bei dir? Du hast ja dann auch relativ spät dann erst ganz oben Fuß gefasst. Wie hast du das wahrgenommen? Was war so dein Weg? Ja, bei mir war es ja wirklich so, dass ich, ich glaube, mit 25 damals erst richtig in den Profibereich gekommen bin, nach Magdeburg. Davor war es auch annähernd unter Profibedingungen bei Rödinghausen, aber da habe ich nur nebenbei studiert. Und da lag jetzt nicht der hundertprozentige Fokus auf dem Fußball. Aber das hat sich eben, ja nach dem einen guten Jahr, das ich da bei Rödinghausen hatte, komplett geändert. Dann ging es in die zweite Liga und dann ging es relativ schnell dann in die erste Liga und jetzt bin ich froh, dass ich wieder da bin. Und du hast die Vorlage gemacht, die Schalke 04 in die erste Liga befördert hat. So schnell kann es dann gehen. Bei dir, Tom, sah es ein bisschen anders aus, sage ich mal. Du hast quasi so den moderneren Weg dann eingeschlagen. Wie war es bei dir? Ja, ich habe in U12 angefangen bei Leipzig. Habe, glaube ich, jede Jugend durchlaufen. Habe immer eins älter gespielt auch, was mich auch gefördert hat. Dann bin ich, weil ich gesagt habe, bei Leipzig wird es schwer. Habe ich dann gesagt, okay, ich suche einen Verein, wo ich Spielzeit bekomme. Habe ich dann in Nürnberg zum Glück gefunden mit auch meinem Trainer Robert Klaus, der mich da sehr gefördert hat. Der hat gesagt hat, ich baue auf dich, auch wenn es mal nicht läuft. Ich hatte natürlich ein, zwei Spiele, die mal nicht gut waren oder so. Aber er hat gesagt, ey, ich vertraue dir, du wirst lernen und du wirst dich verbessern. Und dadurch bin ich sehr glücklich, dass ich die zwei Jahre hatte und dann jetzt meinen nächsten Schritt gehen kann. Ja, deswegen war es eine erfolgreiche zwei Jahre in Nürnberg und jetzt freue ich mich auf die Aufgabe. Jetzt sitzen ja hier mir einschließlich ein paar Jungs, die vielleicht auch mal gedacht haben, dass es um Profi reichen wird. Ich glaube, wir sitzen alle im selben Boot. Schade, hat nicht ganz gereicht. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man dann, ich glaube U12 hattest du gesagt, bist du nach Leipzig gekommen. Wie läuft sowas ab? Wann merkt man vielleicht auch selber so in jungen Jahren, oh, okay, ich könnte vielleicht wirklich ein bisschen höher spielen? Wann man das merkt, ist vielleicht erst in den älteren Jahren, wo du dann U17, U19 spielst, wo es dann wirklich dann im Profibereich geht. Am Anfang willst du einfach nur kicken, willst einfach nur Spaß haben, willst mit deinen Freunden einfach die Zeit genießen. Das ist natürlich auch hart. Du musst viel einstecken können, vielleicht nicht feiern gehen. Mit Freunden ist es schwer, dich zu treffen, weil du halt auch die Schule nebenbei hast. Und deswegen musst du da sehr viel einstecken können, um dann vielleicht das Ziel zu erreichen. Und ich bin froh, dass es jetzt so gekommen ist. Es ist aber auf jeden Fall ein harter Weg. Solche Nachwuchsleistungszentren werden ja auch mittlerweile ein bisschen kritischer gesehen. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Auf was genau musstest du verzichten? Und hast du dich da auch so ein bisschen eingeengt gefühlt? Bei Marius war es ja dann ein ganz anderer Weg. Also ich war nicht so eingeengt, aber... Du warst feiern. Ja, aber... Wie oft du warst? Jetzt auch nicht jedes Wochenende. Also ich war jetzt nie der Typ, der da oft feiern gegangen ist und Alkohol getrunken hat. Also ich habe da auch schon... Ich habe ja gesagt, es war unter anderem Profibedingung bei Rödinghausen. Von daher, es war okay, aber ich hatte auf jeden Fall wahrscheinlich mehr Freihilten als er. Ja, bei mir war es einfach so, um acht geht es los. Und wann ich zu Hause war, war es um neun Uhr abends. Und meine Eltern haben mich dann immer abgeholt von der Schule. Ich glaube, eine halbe Stunde nach meiner Schule war dann sofort Training. Dann musstest du dich vorbereiten oder irgendwas. Und du hast natürlich auch einen gewissen Druck, musst du ja auch sagen. Du musst dann am Ende... Ist dein Ziel, Profi zu werden? Und mit Schule, allem drum und dran, ist das halt viel Kopfsache. Dann läuft es vielleicht auch mal nicht. Aber da muss ich auch sagen, da sind die Eltern sehr wichtig, dass sie dir da helfen. Ja, und dir einfach bei jeder Gelegenheit sagen, ey, mach einfach weiter, du machst das super. Wenn du dann natürlich da keine Eltern hast, die sagen, ja, also die dir helfen, wird es schwer. Du brauchst da einfach deine Eltern. Gibt es da auch Unterstützung vom Verein, der dir Psychologen an die Seite stellt und sagt, okay, jetzt gibt es in dieser Woche zwei Gespräche. Oder wirst du da eigentlich komplett alleingelassen und die Eltern müssen das für dich machen? Nein, in Leipzig haben wir dann ab der U16, glaube ich, immer einen Psychologen, wo wir dann Hilfe entnehmen konnten, wenn es mal nicht gut lief, wenn man mal irgendwie Probleme hatte, wenn man das nicht den Eltern sagen will. Das auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, auch im Profibereich, dass du da einen Psychologen hast, der dir einfach da die Hilfe anbietet. Wir haben ja was relativ Interessantes und zwar habt ihr ja von nicht allzu langer Zeit noch gegeneinander gespielt, am 34. Spieltag. Insider-Frage, wusstest du es da schon, dass der Weg vielleicht nach Schalke geht oder war das damals noch so für dich ein ganz normaler Saisonabschluss? Weil ich weiß, ich war vor Ort, du wurdest ja verabschiedet in Nürnberg, also für dich war ja schon klar, dass es in Nürnberg nicht weitergeht. Ich wusste noch nicht, wo es hingeht, aber mit Schalke gab es da schon Kontakt zu der Zeit. Also war es auch da schon, neben der Tatsache, dass es eben dein Jugendverein war, den du früher halt cool fandest, war es auch schon so ein bisschen was Besonderes, weil du dachtest, ey, vielleicht spiele ich ja nächstes Jahr. Ja, so war das schon. Das war in der Vorstellung ein Gespräch. Ich wusste, es könnte vielleicht in die Richtung gehen. Es gab natürlich auch ein, zwei andere Vereine, die auch Interesse hatten, aber man muss ja ehrlich sagen, wie ich es gesagt habe, es ist mein Herzensverein, dass dann auch alles so geklappt hat mit Leipzig. Ich habe dann gesagt, ich will zu Schalke gehen. Leipzig hat gesagt, okay, das werden wir dir nicht verbieten. Wir werden dir da absolut helfen und da bin ich jetzt absolut froh, dass das geklappt hat. Bei euch ist ja jetzt auch noch einiges an Spielermaterial dazugekommen. Ein paar Spieler haben den Verein verlassen. Wie hast du jetzt die ersten Tage der neuen Saison, es geht ja jetzt langsam wieder los, wie hast du es so erlebt? Gutes Klima bei euch. Ja, jetzt auf jeden Fall. Die Stimmung, die wir im letzten Jahr gerade zum Ende hatten, haben wir eigentlich jetzt mit in die Kabine genommen in die neue Saison. Auch wenn jetzt, ja klar, ein paar Spieler den Verein verlassen haben, sicherlich auch ein paar dabei, die wehtun, die man vermisst. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Aber so ist es nun beim Fußball. Und ich glaube, die Neuen fügen sich bisher gut ein. Ich glaube, jetzt sind ja auch alle Neuen da mit heute. Und ja, man merkt, dass sie sich auch integrieren wollen in die Mannschaft. Ich glaube, es ist wichtig. Also Tom will sich integrieren. Ja, ich glaube, er war halt auf jeden Fall nett. Christoph, jetzt hast du ja mit deinem Verein den Aufstieg leider verpasst. Also für euch, Christoph ist Hamburg-Fan, hat dann am Ende leider doch nicht ganz gereicht. Wie hast du den Endspurt von Schalke wahrgenommen? Ich fand es beeindruckend. Und ich weiß noch, wie wir ein paar Monate vorher bei Culture Berlin darüber gesprochen haben, als euer Trainer entlassen wurde. Ja, also Mike Büskins muss hier irgendwelche Knöpfe drücken, damit das nochmal so richtig ins Rollen kommt, damit die noch aufsteigen. Also ihr wart wirklich weit weg davon eigentlich, so in der Wahrnehmung auch. Aber Mike Büskins scheint diese Knöpfe gedrückt zu haben. Und das war dann beeindruckend, wie ihr da durchgepflügt seid. Vor allem ein relativ hartes Restprogramm dann ja noch gehabt. Irgendwie in den letzten acht Wochen, glaube ich, fünfmal gegen eine Top-5-Mannschaft oder so gespielt. Also ja, am Ende absolut verdient und beeindruckend, dass man dann auch so den Turnaround geschafft hat. Welche Knöpfe hat er denn gedrückt? Also man hat natürlich so ein bisschen was gelesen, so ein bisschen kleine taktische Einstellungen, beziehungsweise Veränderungen. Und dann auch, dass der Plan unter der Woche ein bisschen angepasst wurde. Aber was sind denn diese Knöpfchen gewesen, dass es plötzlich dann so viel besser lief? Ja, wie du schon gesagt hast, erstmal war es natürlich das System, was wir geändert haben. Ich glaube, die Führerkate hat uns dann einfach in dem Moment besser getan. Und ja, die Stimmung war einfach wieder eine andere. Es war, ja, Buiho hat einfach das Phänomen, dass er alle Spieler mit sich ziehen kann, für eine richtig gute Stimmung gesorgt hat. Natürlich haben wir auch die Ergebnisse dazu beigetragen. Wenn du gewinnst, ist die Stimmung meistens immer gut. Und das hat sich ja dann einfach von Woche zu Woche aufgebaut, dass wir so eine Kraft entwickelt haben, dass man am Ende das Gefühl hatte, ja, wir gewinnen wirklich jedes Spiel. Und es war ja teilweise nicht mal mehr so, dass wir gut gespielt haben, sondern einfach mit der Überzeugung, mit der Wucht, die wir dann auch mit unseren Fans hatten, einfach die Spiele durchgezogen haben. Und ja, dann am Ende muss man ja auch sagen, wir haben, glaube ich, von Uta Buiho von neun Spielen acht gewonnen. Deswegen, also, nach der Trainerentlassung war es bei uns auch nicht so, dass wir gedacht haben, wir schaffen es noch. Wenn man jetzt sieht, was dafür notwendig war, um noch aufzusteigen, ja, damit hätte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt damals niemand gerechnet. Was ja für viele so ein bisschen der Schlüsselpunkt war, war die Niederlage tatsächlich gegen Bremen. Weil, ich meine, es hätte auch ein Szenario geben können, wo dann wirklich danach einfach der Stecker gezogen ist. Da gibt es eine ganz berühmte Szene, finde ich, wo Büskins euch dann nach dem Spiel, euch hat die Arena ja wirklich gefeiert, trotz der herben Niederlage, euch einmal am Mittelkreis versammelt hat. Was findet ein Trainer da für Worte? Wie hat ihr euch wieder aufgebaut? Weil das war ja schon ein herber Nackenschlag, weil ihr wart ja eigentlich zu dem Zeitpunkt gerade wieder so richtig in Schwung gekommen. Ja, ich glaube, es war damals auch ein besonderes Spiel. Ich glaube, das erste Mal, dass die Stadion wieder ausverkauft war. Und dann haben wir schon eine extrem schlechte Leistung abgerufen. Dann haben wir nicht mehr knapp verloren, sondern relativ deutlich. Ja, ich glaube, zu 100 Prozent kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber natürlich hat er uns auch gesagt, guckt euch um. Die Fans stehen trotzdem hinter euch, auch wenn wir vier Stück zu Hause bekommen haben. Das müssen wir mitnehmen. Wir standen ja auch nach dem Spiel immer noch gut da. Und es wurde gesagt, hey Jungs, stellt euch vor, vor sechs Wochen, wo ich angefangen habe, hätten wir die Ausgangslage gehabt, die wir jetzt haben. Hätte sofort jeder unterschrieben. Und deswegen haben wir natürlich nach dem Spiel extrem geknickt, weil es eine große Chance war, sich abzusetzen. Aber es war ja immer noch alles drin.